Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Shakes and Fidgets. Ich war lange in der Tiefe, weil ich keine Zeit hatte. Also lange ein paar Tage. Oh Gott, jetzt hab ich wieder fahre. Okay, ich habe für euch heute ein paar richtig coole neue Epics, die ich noch nie gesehen habe. Also bitte guck zu. Yo, das erste Epic ist echt Schöpfer-Toast. Das ist ein Wunder am leckersten mit einer Scheibe Gesichtswurst. Ja, ziemlich witzig. Fast ja natürlich allen Scheiß kennen wir schon. Das war das eine Epic, das ich noch nie gesehen hatte. Ich guck jetzt hier mal durch, ob ich noch was finde. Hier die guten alten. Oh, oh ja, das gibt es auch schon ein bisschen länger. Ich kenne einen Typ, der hat die mit 1000 bekommen. Also, ja natürlich, Gürtel der mutierten Kampffildkröte. Den zocke ich locker. Oh mein Gott. Das ist ein richtiger Zocker. Aber der ist inaktiv. Ja, da gibt es halt ein paar coole hier noch. Hier würde ich gerne sprechen mit seinem Weg auf. Er weiß immer, er weiß in jeder Situation den falschen Rat. Ja. Ist ja auch wunderbar. Ähm. Ehr den Schrank abwärten. Oh, wieder ein neues, das ich noch nie gesehen habe. Ähm. Feinschlüpfer. Der Mann mit Hygiene. Und der kann wohl spurlos annehmen. Worüber geht's? Ah. Nicht schlecht. Okay. Versehen können wir ja noch was finden. Äh, 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 ja ich hab gerade eben all meine Filze verballert. Und jetzt an meine Gilde könnt ihr auch reinkommen, wenn ihr mit... Oh, das kann ich ja noch ändern. Dann machen wir das mal jetzt. Hm, wir möchten wir das, ähm. Ein bisschen Kuhl möchte ich mir einfach haben. Das mag ich. So, die Figur. Äh. Äh, 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 äh. Das sieht. Wie schlecht aus. Äh. Die Farbe wäre. Besser so. Dann in Rot. Dann das. In Gelb. Das war so. Okay. Die Helmdecke. Das sieht so eigentlich ziemlich cool aus. Die Agenten haben was cooles. Das. Dein Helm macht, naja. Bisschen besser. Also machen wir. Das sieht nicht schlecht aus. Vorschlagen. Übernehmen. So. Mal sehen auf das. Ja. Gut. Also wir haben gerade den Gelbappen gemacht. Ah, try out mein guter Freund. Ähm. The Dreads. hier habe ich hier noch was x player x jetzt wieder rausgegangen ist das ist momentan wieder rausgegangen wo man steht da ist der beste michael michael leute das wäre es so ein bisschen ich muss euch noch mal zeigen ich habe neue dinge zusammen mit von simon der auch in this place glaube ich mache mit dem account hier also ja das ist es ungefähr euer royal cast will melde sich ab